Natürlich nur zwei sehr warmherzige Söhne grüßt Ihnen. Einen von den beiden kennen wir alle sehr gut. Ein großartiger Mensch und ein wunderbarer Künstler. Vielen Dank, Herr Felschur, dass Sie sich... Ja, vielen Dank, dass Sie sich in meinen Kopffüßlern abgefunden haben. Und ich trotz Kunst bestanden habe. Hey, komm mal. Er wurde ganz überbraucht und überrascht. Ach, wobei ist es auch da, das ist schön. Gefällt es Ihnen sehr? Das ist gut. Ich habe keine Angst. Also. Tief im Keller zwischen Lack und Ton. Dann lebt es sich doch recht monoton. Man hat den Künstler namens Kai, den gibt die Fass wohl nicht mehr frei. Kai, der Künstler wurde nicht getratet. Man hat ihn einfach eingeplant. Kai, der Künstler, von Schmiedern fragen. Man hat ihn einfach eingeplant. Große Schüler, Massen überrollen den Raum und fordern uns an keinem zum Vorziehen auf. Denn alle wollen keinen S.O.L. Zehn Stunden Kunst vergehen so schnell. Man hat ihn einfach eingeplant. Nein, der Künstler wurde nicht gefragt. Man hat ihn einfach eingeplant.